Der hat einen unglaublich breiten Brustkorb. Nein, ich sag's dir, ich habe ihm oben zugeschaut, wenn er runtergefahren ist zum Start. Und wenn er jetzt alle Tore schafft, dann zieh ich den Hut. Wo ist die Zeitnehmung? Also, es ist unglaublich gute Stimmung oben am Start. Das war jetzt ein Mordsgaude oben von Wegfahren. Schau, schau, da natürlich. Da hat er noch ein paar Sachen dabei. Das rote Trikot kriegt Günther Hujara. Hans Pieren war da dabei. Ja, also mit diesen Skiern über eine Weltcup-Strecke, auch wenn das Frühlingsschnee ist. Hut ab, da musst du hervorragend Skifahren können. Also den Zielhang, den überlebt er heute nicht. Das sage ich dir, da darf ich jetzt nicht runterwickeln mit diesen Skiern. Ja, da steht Gott sei Dank einer mit rettenden Armen. Da ist ein norwegischer Trainer, glaube ich. Ein bisschen was möchte ich ganz gern dazu sagen. Über 18 Jahre auf Weltcup-Niveau ist dieser Bursche der 37 Jahre alte Schweizer. Der am 29. Dezember 1993 in Bormio bei der Abfahrt auf der Stelvio sein Weltcup-Debüt gegeben hat. Damals ist er vorletzter geworden. So, da wird der Didier aufgefeiert, oben auf der Tenne. Danke Didier wird gesungen. Die Zilla-Dalamanda heißt die Band. Die spielt da auf für den Didier, total nett. Schau, der ist noch immer unterwegs. Die halten ihm wahrscheinlich noch einen Platz am Freitag unten im Pool. Ja, also, vor über 18 Jahren in Bormio, vorletzter in der Abfahrt und in der Zwischenzeit 21 Weltcup-Siege. Im Gesamt-Weltcup-Zweiter in der Saison 2010-2011. Verteilt er jetzt hier also Trikots mit seinem Konter frei drauf und ist erstmals zu Boden gegangen. Aber er schlagt sich wirklich wacker, er ist schon Bahnwalt. Der gelernte Metzger in Dierküsch. Viermal Abfahrts-Weltcup-Sieger. Einmal Super-Ski-Weltcup-Sieger, einmal Riesentorlauf-Weltcup-Sieger. Und seinen ersten Weltcup-Sieg hat er übrigens gerade gefeiert, wo du auch jubeln durftest. In Kitzbühel. In Kitzbühel. War sein Erster. 23. Jänner 1998, den letzten. Jetzt biegt er dann ein in den Zielhang, jetzt bin ich da wirklich gespannt. Er hat sich was vorgenommen hier. Das war einmal beim Slalom-Start vorbei da oben. Aber jetzt ist er schon im Zielhang herinnen. Was fährt Dierküsch einen Held, oder? Der fährt Heldschi. Ja, ein bisschen was hat sich schon dann in der Zwischenzeit, kann man sagen. Ja, also da runter, hold up. Hat er überhaupt keine Stahlkanten drauf, oder? Ja, es sind so geschraubte Kanten drauf gewesen, was ich gesehen habe. So ein bisschen aufgelenzt, er ist ja oben schon zum Start hinzoggen. Der wird heute müder sein als nach jedem anderen Weltcup-Sieg. Also, unglaublich, dass er das schafft, nur den steilen Hang mit den Holzbrettern runterfahren. Letzter Weltcup-Sieg, das wollte ich noch schnell sagen. Super-Chick-Raum-Montana im Februar diesen Jahres. Also er hat auch heuer wieder gewonnen. Er hatte die Chance auf Abfahrtskristall. Und da sind sie, unten alle seine Fans. Mario Reiter. Jetzt ist er tatsächlich im Ziel. Und jetzt braucht es diesen Luftzaun, glaube ich, da nicht einmal. Ja. Eine großartige Karriere geht in diesem Augenblick zu Ende. Das letzte Rennen, das die Wehkisch. Oh, oh. Konzentriert nicht. Schauen wir mal. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob er das in den Griff hat. Der alten Pindungs. So. Rainer Salzgeber, sein Hed-Renn-Chef verneigt sich. Und jetzt geht's weg, sagt er. Jetzt geht's weg. Jawohl. Bravo. Bravo, Didi Ekisch. Und vielen, vielen Dank für viele tolle Rennen. Und tolle Stunden mit diesem Ausnahmeathleten. Eine olympische Medaille, Silber im Super-Ski von Nagano. Vier WM-Medaillen, darunter Gold im Super-Ski von Valisea 2009. Er ist der älteste Weltcup-Sieger in der Geschichte. Schau mal, was sich da tut. Schau mal, wie es die herbirgt, schau. Aber es sind so schraufte Kanten oben, aber eine Sensation, dass der mit diesen Teilen da über den Ziel hung runterfall. Seit 358. Weltcup-Rennen war das heute. Wahnsinn. Danke, dass ich das noch machen durfte. Und ich bin lieber, mit dem Material von jetzt gefangen hat. Hat der Nahrung. So wie es nicht besorgt hat, ich gehe mit dem gesetzlichen Ruder-Ski. Das V-Präsident Schirksnamen ist da. Didier Küsch hat sich Kitzbühel ausgesucht heuer, um dort offiziell seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt zu geben. Weil er dort so oft gewonnen hat. So, jetzt zum Rennen. Hier kommt Ted Ligeti, der also Startnummer 1 hat hier in der Entscheidung. Und damit die bestmögliche.